Gold, das uralte Symbol für Reichtum und Wohlstand, erlebt ein Comeback. Der Goldpreis steigt in neue Höhen, zieht Investoren an und löst einen modernen Goldrausch aus. Von den Trading Desks an der Wall Street bis hin zu den Portfolios von Privatanlegern ist die Anziehungskraft von Gold unbestreitbar. Aber was treibt diesen Anstieg an? Warum ist Gold plötzlich das heißeste Gut auf dem Markt? Die Antwort ist komplex. Ein Zusammenspiel aus wirtschaftlicher Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und dem geschickten Vorgehen der Investoren. Die Welt verändert sich und Gold, mit seinem Ruf als sicherer Hafen, rückt wieder in den Mittelpunkt. Während wir durch diese unsicheren Zeiten navigieren, ist es für Anleger und Beobachter gleichermaßen entscheidend, die Kräfte zu verstehen, die den Aufstieg des Goldes vorantreiben. Dieser Essay befasst sich mit den Faktoren, die den Goldpreisanstieg vorantreiben und untersucht die Rolle der Zinssätze, der Währungsschwankungen, der geopolitischen Risiken und der Aktivitäten der Zentralbanken. Begleiten Sie uns, wenn wir die Dynamik dieser goldenen Rallye und ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft untersuchen. Der jüngste Anstieg des Goldpreises ist unbestreitbar und spiegelt sich in den rekordverdächtigen Zahlen wieder, die die Finanzschlagzeilen dominieren. Allein im vergangenen Jahr ist der Goldpreis stetig gestiegen, hat wichtige psychologische Barrieren überwunden und Niveaus erreicht, die seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen wurden. Die Zahlen zeichnen ein klares Bild, Gold ist auf dem Vormarsch. Am 1. Januar 2024 eröffnete Gold das Jahr mit einem Kurs von 1.850 Dollar pro Unze. Heute, am 18. September 2024, wird das Edelmetall zu einem Preis von sage und schreibe 2.050 Dollar pro Unze gehandelt. Das ist ein Gewinn von über 10 Prozent in nur neun Monaten, ein bemerkenswerter Anstieg in der Welt der Rohstoffe. Diese Zahlen sind keine Blossenabstraktionen, sondern stehen für reale Gewinne für Anleger, die das Potenzial von Gold erkannt haben. Die Dynamik hinter dieser Rallye ist spürbar und wird von einer Kombination aus wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren angetrieben, die den Aufwärtstrend des Goldes weiter unterstützen. Einer der wichtigsten Treiber der aktuellen Gold-Rallye ist die erwartete Abkehr der US-Geldpolitik. Die Finanzwelt beobachtet gespannt die Entscheidungen der Federal Reserve, die Amerikas Zentralbank und deren Einfluss auf die globalen Märkte. Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve, Amerikas Zentralbank, in den kommenden Monaten die Zinssätze senken wird. Ein Schritt mit tiefgreifenden Auswirkungen auf den Goldpreis. Diese Zinssenkungen könnten eine Reaktion auf wirtschaftliche Unsicherheiten und schwache Konjunkturdaten sein. Niedrigere Zinssätze führen tendenziell zu höheren Goldpreisen und schaffen ein günstiges Umfeld für das Edelmetall. Warum dieser Zusammenhang? Gold wird oft als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit betrachtet. Wenn die Zinssätze fallen, sinken die Opportunitätskosten für das Halten von Gold. Das bedeutet, dass Anleger weniger auf Zinsen verzichten müssen, wenn sie in Gold investieren. Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen wie Anleihen zahlt Gold keine Zinsen. Daher sind Anleger bei hohen Zinssätzen eher geneigt, ihr Geld in verzinsliche Anlagen zu stecken, die regelmäßige Erträge bieten. Daher sind Anleger bei hohen Zinssätzen eher geneigt, ihr Geld in verzinsliche Anlagen zu stecken. Wenn die Zinsen jedoch sinken, steigt die Attraktivität von Gold als Wertaufbewahrungsmittel. Gold wird dann als eine stabilere Anlageform wahrgenommen. Wenn die Zinsen jedoch sinken, steigt die Attraktivität von Gold als Wertaufbewahrungsmittel. Investoren suchen nach sicheren Häfen. Und Gold bietet eine Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten und Inflation. Außerdem führen niedrigere Zinssätze tendenziell zu einer Schwächung des US-Dollars. Ein schwächerer Dollar macht Gold für internationale Käufer attraktiver. Als Weltreservewährung hat der Wert des Dollars einen direkten Einfluss auf den Goldpreis. Wenn der Dollar an Wert verliert, steigt der Goldpreis oft als Reaktion darauf. Wenn der Dollar schwächer wird, wird Gold für internationale Käufer erschwinglicher, was die Nachfrage ankurbelt und die Preise in die Höhe treibt. Dies führt zu einem globalen Anstieg der Goldnachfrage. Die von der FED erwarteten Zinssenkungen sind daher ein gefundenes Fressen für Gold, treiben seinen Höhenflug an und ziehen Investoren an, die in unsicheren Zeiten nach Stabilität suchen. Gold bleibt eine attraktive Anlageoption, besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und niedriger Zinssätze. Der US-Dollar, der lange Zeit als Fundament der globalen Finanzwelt galt, steht vor Schwierigkeiten. Wirtschaftliche Unsicherheit, geopolitische Spannungen und eine sich verändernde Weltlandschaft tragen zu einem schwächeren Dollar bei. Dieser Rückgang des Wertes des Greenbacks erweist sich als Segen für Gold und stärkt seine Attraktivität als sicherer Hafen zusätzlich. Gold und der Dollar haben eine umgekehrte Beziehung. Wenn der Dollar schwächer wird, wird Gold typischerweise stärker. Das liegt daran, dass Gold auf den internationalen Märkten in US-Dollar gehandelt wird. Wenn der Dollar an Wert verliert, braucht man mehr Dollar, um die gleiche Menge Gold zu kaufen, was den Preis des Edelmetalls in die Höhe treibt. Das aktuelle Umfeld der globalen Unsicherheit verschärft diese Dynamik. Anleger, die inmitten volatiler Märkte nach Stabilität suchen, wenden sich dem Gold als Absicherung gegen Währungsschwankungen zu. Sie betrachten Gold als einen greifbaren Vermögenswert mit innerem Wert, einen sicheren Hafen vor den Stürmen der wirtschaftlichen Unsicherheit. Da der Dollar weiter schwächelt, dürfte die Anziehungskraft von Gold zunehmen und noch mehr Anleger anziehen, die Schutz vor dem schwächelnden Greenback suchen. Es sind nicht nur Privatanleger, die den Wert von Gold in diesen unsicheren Zeiten erkennen. Immer mehr Menschen wenden sich dem Edelmetall zu, um ihre Ersparnisse zu schützen und eine stabile Anlageform zu finden. Auch die Zentralbanken auf der ganzen Welt, die für die Verwaltung der Währungsreserven ihrer Länder zuständig sind, stocken ihre Goldbestände in rasantem Tempo auf. Diese Institutionen sehen Gold als eine sichere Zuflucht inmitten wirtschaftlicher Turbulenzen und geopolitischer Unsicherheiten. Diese institutionelle Nachfrage heizt die Goldrallye weiter an, treibt die Preise in die Höhe und signalisiert eine Verschiebung der globalen Reservestrategien. Die steigenden Preise sind ein klares Indiz dafür, dass Gold wieder als wertvolle Anlageform betrachtet wird. In der Vergangenheit haben die Zentralbanken Gold als wichtigen Bestandteil ihrer Reserven gehalten. Ein Beweis für den dauerhaften Wert und die Stabilität des Metalls. Gold hat sich über Jahrhunderte hinweg als zuverlässige Wertanlage bewährt und bleibt ein Symbol für Sicherheit und Wohlstand. In den letzten Jahren hat sich dieser Trend jedoch verlangsamt, da die Zentralbanken ihre Anlagen auf andere Anlageformen verteilten. Sie investierten in eine Vielzahl von Vermögenswerten, um ihre Portfolios zu diversifizieren und Risiken zu minimieren. Angesichts zunehmender wirtschaftlicher und geopolitischer Risiken besinnen sich die Zentralbanken nun wieder auf Gold und erkennen seine Fähigkeit, Vermögen zu erhalten und eine Absicherung gegen Unsicherheit zu bieten. Die jüngsten Krisen haben die Bedeutung von Gold als sicheren Hafen erneut unterstrichen. China, Russland und Indien, wichtige Akteure in der Weltwirtschaft, haben ihre Goldreserven in letzter Zeit besonders aktiv aufgestockt. Diese Länder sehen in Gold eine Möglichkeit, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu stärken und ihre Währungsreserven zu diversifizieren. Ihre Käufe, die von dem Wunsch getrieben sind, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und ihre Bestände zu diversifizieren, senden eine klare Botschaft aus. Gold ist wieder gefragt. Diese Entwicklung könnte langfristige Auswirkungen auf die globale Finanzlandschaft haben. Dieses Wiederaufleben der Nachfrage seitens der Zentralbanken ist eine bedeutende Entwicklung, die der aktuellen Goldrallye weitere Glaubwürdigkeit verleiht und eine potenzielle langfristige Verschiebung der globalen Reservepräferenzen signalisiert. Es bleibt abzuraten, wie sich diese Trends in den kommenden Jahren entwickeln werden und welche Rolle Gold in der Zukunft der globalen Finanzmärkte spielen wird. Die Welt ist in Aufruhr. Überall auf der Welt sehen wir Krisenherde, die die Stabilität und den Frieden bedrohen. Vom anhaltenden Konflikt in der Ukraine bis hin zu den eskalierenden Spannungen im Nahen Osten nehmen die geopolitischen Risiken zu und werfen einen Schatten der Unsicherheit auf die Weltlandschaft. Diese Konflikte haben weitreichende Auswirkungen, die nicht nur die betroffenen Regionen, sondern die gesamte globale Gemeinschaft betreffen. In Zeiten von Turbulenzen und Konflikten suchen Anleger traditionell Zuflucht in sicheren Häfen. Und Gold, mit seiner langen Geschichte als Wertaufbewahrungsmittel, stellt einmal mehr seinen Wert unter Beweis. Gold hat sich über Jahrhunderte hinweg als stabiler und verlässlicher Vermögenswert erwiesen, der in Krisenzeiten Schutz bietet. Wenn die geopolitischen Spannungen zunehmen, steigt auch die Nachfrage nach Gold. Investoren sehen in Gold eine Möglichkeit, ihr Vermögen zu sichern und sich gegen die Unwägbarkeiten der Weltwirtschaft abzusichern. Die steigende Nachfrage treibt den Goldpreis in die Höhe und bestätigt seine Rolle als sicherer Hafen. Anleger, die die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen von Konflikten fürchten, flüchten in die Sicherheit und Stabilität dieses Edelmetalls. Gold bietet nicht nur Schutz vor Inflation und Währungsabwertung, sondern auch vor den unvorhersehbaren Auswirkungen geopolitischer Ereignisse. Gold wird als ein greifbarer Vermögenswert angesehen, der immun gegen die Launen der Politik und Währungsschwankungen ist. Es ist ein physischer Vermögenswert, der nicht von der digitalen Welt abhängig ist und daher eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel, das im Laufe der Geschichte unzählige Krisen überstanden hat. Eine beruhigende Konstante in einer unberechenbaren Welt. Von den alten Zivilisationen bis zur modernen Zeit hat Gold immer wieder seine Fähigkeit bewiesen, in schwierigen Zeiten Stabilität zu bieten. Das derzeitige geopolitische Klima, das von Unsicherheit und dem Potenzial für eine Eskalation geprägt ist, schafft ein fruchtbares Umfeld für Gold. Die anhaltenden Spannungen und die Möglichkeit weiterer Konflikte machen Gold zu einer attraktiven Option für Investoren, die nach Sicherheit suchen. Während die Spannungen schwelen und Konflikte ausbrechen, wenden sich Anleger zunehmend dem Gold als Absicherung gegen globale Instabilität zu. Die historische Beständigkeit von Gold und seine Fähigkeit in Krisenzeiten wert zu bewahren, machen es zu einer bevorzugten Wahl für viele. Diese Flucht in die Sicherheit übt zusätzlichen Aufwärtsdruck auf den Goldpreis aus und festigt seinen Status als ultimativer sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. In einer Welt, die von Unsicherheit geprägt ist, bleibt Gold ein Symbol für Stabilität und Sicherheit. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung in